wir sind jetzt irgendwo in finnischen wäldern hallo und wir hatten eine echt harte nacht im zelt aber wenn ihr das alles genau sehen wollt dann schaut euch am besten das ganze video an bis dann ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem wir jetzt bei unserem zweiten Airbnb sind, muss ich euch was echt Schönes zeigen, also auch mal hier den Hintergrund. Aber das richtig Gute ist, das zeige ich euch jetzt, und zwar schaut euch hier diese wunderbare Sauna an, mit der Aussicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.